Ich begrüße Sie zu unserer zweiten Vorlesung zur Medizinpsychologie und wir werden uns heute mit dem Thema Persönlichkeit und Verhaltensstile beschäftigen. Der Ablauf der Vorlesung wird wie folgt sein, wir beschäftigen uns mit der Frage des Selbstkonzeptes, das heißt wir werden uns auch ein paar Definitionen angucken, aber ich werde auch Sie mit vielen klinischen Beispielen bekannt machen, sodass das nicht sozusagen rein theoretisch verbleibt, sondern dass Sie auch die Möglichkeit haben, sozusagen in den klinischen Alltag, zumindest vom Zuhören, mit einzutauchen. Wir werden uns auch mit dem Problem des Selbstwertes beschäftigen, der Verhaltensstile, der Persönlichkeitsentwicklung und letzten Endes auch als kleinen Ausflug der Persönlichkeitsstörung, wobei ich Ihnen hier einige Fallbeispiele gebe. Das soll aber mehr so zur Illustration sein, damit noch deutlich wird, was sozusagen der Unterschied zum Selbstkonzept und zum Selbstwert ist. Die Persönlichkeitsstörungen sind nicht so häufig Gegenstand der IMPP-Fragen, also des Physikums, aber sie werden relevant werden, wenn sie später mit Patienten arbeiten, da wir wissen, dass ca. 8% unserer Patienten unter Persönlichkeitsstörung leiden. Es sind zudem auch hochinteressante Krankheitsbilder, die man sozusagen schwer in der Literatur lesen kann, weil die Diagnosekriterien sich so einfach anhören, sodass man manchmal sogar das Gefühl hat, es trifft auf einen selbst zu. Darunter leiden dann immer die Psychologiestudenten, die machen sozusagen das suggestiv durch, was sie dann durchmachen, wenn sie sich mit Krebserkrankungen beschäftigen. Also da wird nochmal eine ganz schöne Herausforderung auf sie zukommen. Und von der Warte her ist es immer besser, man beschreibt das ein bisschen, sodass bestimmte Diagnosekriterien dann auch von ihrer Wertigkeit leichter verständlich sind. So, lassen Sie uns damit beginnen, was unsere Lernziele heute sein werden. Wichtig, nicht nur fürs IMPP, sondern auch für Sie persönlich, ist die Frage, was ist eigentlich Selbstkonzept, was sind Selbst- und Fremdbild, was bedeutet Konzept der Repression und Sensitivierung. Einiges davon hatten Sie schon im Sommersemester im Seminar zu hören bekommen, als wir über die chronischen Erkrankungen gesprochen haben und Sie die Videos gesehen haben zu den Krebserkrankungen, wenn Sie sich erinnern. Und ich hoffe, dass da schon einige Informationen gegeben worden sind und darauf nehme ich dann heute auch Bezug und führe das noch etwas aus. Und wir werden, wie gesagt, auch gucken, was sind Persönlichkeitsstörungen, wie zeigen sich diese, welche Arten von Persönlichkeitsstörungen gibt es und natürlich auch, worin finden sich bestimmte Verhaltensstile und welche sind relevant für welche Erkrankungen. Wir fangen wieder so an, wie das letzte Mal und wie ich das auch mit jeder Vorlesung mache. Ich gebe Ihnen einige Fragen, sodass Sie eigentlich auch schon, indem Sie die Fragen lesen, einen Einblick erhalten, wie das im IMPP dann aussehen wird, im Physikum. Ja, sodass Sie sich schon daran gewöhnen können und auch an die Antwortalternativen. So, also hier haben wir die erste Frage. Welche Aussage zum Selbstkonzept trifft am ehesten zu? A. Das Fremdbild ist meist positiver als das Selbstbild. Das Selbstwertgefühl ist zeitlich wenig stabil. Es ist ein sogenanntes State-Merkmal, also nur auf den Zustand im Unterschied zum Trait-Merkmal, also was genetisch veranlagt ist. C. Eine Tendenz zur Selbstüberschätzung ist typisch für narzisstische Persönlichkeitsstörungen. D. Introspektion ermöglicht den Zugang zum unbewussten Selbst. Und E. Selbst- und Fremdwahrnehmung stimmen meist gut überein. Ja, das wünschen wir uns bestimmt alle und manchmal ist das ja auch der Fall. So, aber leider nicht immer. So, dann eine andere Frage. Das Konzept Repressionen-Sensitivierung differenziert zwischen zwei unterschiedlichen Verhaltensweisen von Personen in angstauslösenden Situationen. Für Repressoren ist charakteristisch, dass sie A. Ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf negative, bedrohliche Situationsaspekte richten. B. In der Lage sind, eigenes Verhalten besser kontrollieren zu können als Sensitivierer. C. Insbesondere in Entscheidungssituationen unsicherer sind als Sensitivierer. D. In mehrdeutigen Beziehungen insbesondere auf beziehungsrelevante Hinweise achten. D. E. Vor allem positive Reize wahrnehmen. Angst erzeugende Reize dagegen übersehen Sie. D. Und eine dritte Frage. D. Ein 50-jähriger Mann hat einen akuten Herzinfarkt erlitten. Während der ersten Krankenhaustage treten immer wieder bedrohliche Herzrhythmusstörungen auf. Dem behandelnden Intensivmediziner fällt auf, dass der Patient dazu neigt, seine Situation zu bagatellisieren. Wie wird der Arzt in seinem Handeln dem Bewältigungsstil des Patienten am ehesten gerecht? D. So, diese Fragen werden uns also heute beschäftigen und sind zugleich auch wie so eine kleine Linie für unsere heutige Vorlesung oder für unsere heutige erste Vorlesung. Und nun kommen wir zum Selbstkonzept. Das Selbstkonzept, wie der Name schon sagt, ist das Konzept, was man über sich selbst hat. Rein von der Definition her ist es also eine allgemeine Bezeichnung für die Gesamtheit von Auffassung und Überzeugung in Bezug auf die eigene Person. Sicherlich werden Sie erleben, dass sich dieses Selbstkonzept verändern kann. Sicherlich haben einige von Ihnen erlebt, die meisten sind ja hier, weil sie sehr gut in der Schule waren, weil sie sehr gute Abiturnoten hatten. Und nun plötzlich stellt sich heraus, dass also gewisse Anforderungen gestellt werden, die also diesen Durchschnitt von 1,0 und einiges darunter nicht mehr so ohne weiteres zu halten ist. Und im Gegenteil, es wird Ihnen sogar gesagt, hier sind Wiederholungsprüfungen möglich und sogar nicht nur eine, sondern sogar drei. So, das heißt also, man hat offenbar mit den Kommilitonen der höheren Semester die Erfahrung gemacht, dass einer auch ein guter Arzt, eine gute Ärztin werden kann, auch wenn er vielleicht die eine oder andere Prüfung doppelt oder vielleicht sogar dreimal machen musste. So, das heißt also, wir sehen hier in uns selbst einen Prozess, wo das Selbstkonzept, was zum größten Teil auch durch sehr gute Leistungsergebnisse eine Veränderung erfährt. Oder ein anderes Beispiel, mehr aus dem klinischen Alltag, wenn Patienten in der Klinik für Patienten, die gelähmt sind und zwar nach Skiunfall befragt werden, nach ihrem Selbstkonzept, erfährt man durchweg eine Veränderung. Das heißt also, während zum Beispiel viele ihren Selbstwert oder auch ihr Selbstkonzept auf ihre sportliche Aktivität hin orientiert haben und jetzt durch diesen verheerenden Unfall während des Skilaufens querschnittsgelähmt sind, erfahren sie oftmals eine Veränderung im Denken über den Wert der eigenen Person. Und das Interessante ist, dass diese Patienten, die ja dann wieder einen stabilen Zustand erleben, die Querschnittslähmung selber nicht als Krankheit bewerten. Das heißt, diese Patienten durchlaufen in den ersten, man sagt so, wenn man der Literatur folgt, 10 bis 14 Tagen, eine leichte depressive Episode, wo sie alles in Frage stellen und kommen dann relativ schnell wieder in ihre ursprünglichen Einschätzungen bezüglich ihrer eigenen Person zurück. Das heißt, dass auch hier ein hohes sportliches Interesse bestehen bleibt, sodass eine hohe physische Aktivität zu finden ist. Das ist ganz beeindruckend, weil man ja sieht, als Behandler jetzt, was sozusagen mit den jungen Menschen passiert ist und nun plötzlich das Leben sich hier eigentlich verändert. Aber wie wir ja auch von der Tatsache der Pan-Olympics her wissen, ist es halt so, dass die Patienten oder sie bezeichnen sich nicht als solche Menschen wieder zurück zu ihrer ursprünglichen Einstellung finden. Ganz anders sieht es aus, wenn jetzt jemand eine Erkrankung erfährt, die in Schüben verläuft, wie zum Beispiel die Multiple Sklerose oder entzündlich-rheumatische Erkrankungen, die sich durch Instabilität unter anderem auszeichnen. Hier ist es eher der Fall, dass das Selbstkonzept sich verändert. Ich habe schon in der letzten Vorlesung darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Patienten, die vorher im sportlichen Bereich unterwegs waren oder Musik studiert haben oder andere spezifische Fertigkeiten, Fähigkeiten aufwiesen, die ihr Selbstkonzept ausmachten, die dann nach einer Veränderung suchen mussten, um sozusagen ihr Leben neu zu definieren. Das heißt also, es ist eine Gesamtheit von Auffassung und Überzeugung in Bezug auf die eigene Person und eine Erkrankung, führt viele Menschen in eine starke Herausforderungssituation, wo bestimmte Werte neu definiert werden müssen. Unter anderem auch den Wert, wie wichtig bin ich als Person in Abhängigkeit von meiner eigenen Leistung. Das heißt, diese Beispiele, also das, was jetzt Sie selbst anbetreffen könnte oder auch das Beispiel von den querschnittsgelebten Patienten aus der Paraplegie-Klinik oder auch von Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen, zeigt, dass eine Persönlichkeitseigenschaft daher mittelfristig stabil ist. Das heißt, sie ist leicht veränderbar, aber sie hat auch einen starken, gewissen Boden, der sozusagen wieder reaktualisierbar ist unter günstigen Bedingungen. Wie sieht nun die Störung des Selbstkonzeptes aus? Zum Beispiel eine Anpassung an eine neue Situation, wie ich eben schon ausführte, bei chronischen Erkrankungen oder kritischen Lebensereignissen, die eine Veränderung im Selbstkonzept verlangen, kann zu einer Störung des Selbstkonzeptes führen. Ich erinnere mich an Situationen, die sehr belastend für alle Beteiligten waren. Das war unmittelbar nach dem Bürgerkrieg in Bosnien, Herzegowina. Und wir hatten in Berlin die Aufgabe, im Auftrag des Gerichtes, Gutachten durchzuführen mit Menschen, die im Krieg gelebt haben und die in Deutschland nun lebten. Und das waren sowohl Menschen, die Opfer des Krieges waren, als auch Menschen, die dort als Soldaten gewirkt haben und sich als Täter fühlten. Sicherlich hat der eine oder andere von Ihnen schon mal von der posttraumatischen Belastungsstörung gehört. Das ist also eine Angststörung. Und die geht einher mit einem hohen physischen Arousal, also einer hohen physischen Erregbarkeit. Die geht einher mit Flashbacks, das heißt also mit ungewollten, spontan einschießenden Erinnerungen und auch mit Angst und Depressivität. Und diese Menschen erlebten diese Flashbacks ziemlich häufig. Und das Interessante war, dass Menschen, die in diese Situation kamen, als Soldaten dort zu wirken, hatten eine wesentlich längere Zeit des Flashbacks als die Patienten, die als Opfer im Krieg involviert waren. Also das heißt, das müssen Sie sich so vorstellen, man macht ein Interview, man will wissen, wie die Menschen sich fühlen, weil man ja so ein gutachten, ein psychologisches Gutachten machen muss. Und man stellt eine Frage und bittet um eine Konfliktsituation, die beschrieben wird im Krieg. Die Dolmetscherin sitzt mit im Raum, die Kamera läuft, das Gespräch lief ziemlich flüssig bis dahin und plötzlich ist Schweigen. Und während bei den Menschen, die in der Opferposition waren, dieses Schweigen so circa zwischen zwei und sieben Minuten andauert, das muss man erst mal aushalten, stellen Sie sich mal vor, ich würde jetzt hier sieben Minuten nichts mehr sagen, war das bei den Tätern über 20 Minuten. Das heißt also, dort war ein Eintauchen in die Erinnerung und ein Unvermögen, sich in die Realität wieder zurückzufinden, was auf schwere Veränderungen in der Hirnantwort zurückzuführen ist. Und hier ist natürlich klar, dass da eine starke Veränderung des Selbstkonzeptes passiert. Oder auch das, was Sie vielleicht von den Soldaten, die aus dem amerikanischen Raum kennen, gehört haben, dass wenn die sich bereit erklären, in den Militärdienst zu gehen, sie eine hohe Wertschätzung erfahren, wenn sie aber invalidisiert dann zurückkommen, sie fast keine soziale Unterstützung mehr haben und dann also größte Schwierigkeiten haben, dort zu überleben. Auch da verändert sich natürlich das Selbstkonzept, da verändern sich Werte, was ist für mich wichtig, was macht den Wert eines Menschen aus, wie sehr kann ich vertrauen. Und deswegen, wie gesagt, ist es mittelfristig stabil und kann gestört werden, kann aber, wenn die Bedingungen günstig sind und wenn auch soziale Unterstützung vorhanden sind, zu einer Gesundung führen. Was sind nun die Bestandteile des Selbstkonzeptes? Wir unterscheiden das Selbstbild, das heißt also das, was ich über mich selbst denke, das Fremdbild, das heißt, was ein anderer über mich denkt und das sogenannte Selbstfremdbild, das heißt, was ich glaube, was ein anderer über mich denkt. Im Idealfall stimmen die alle miteinander überein, aber sie wissen ja genauso gut wie ich, dass dieser Idealfall eben nicht so häufig eintritt. Und dass wir eigentlich unsere Entwicklung, auch unsere eigene persönliche Entwicklung, daraus ziehen, dass genau diese Übereinstimmung noch nicht existiert. Dass wir uns an dem anderen überprüfen oder dass wir unsere Meinung überprüfen und uns im günstigen Fall auch in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln. Wann könnte eine Diskrepanz zwischen dem Selbst und dem Fremdbild auftreten? Es könnte zum Beispiel auftreten, wenn unterschiedliche kognitive Bewertungen, die zum Teil nicht bewusst erfolgen, eine Rolle spielen. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Mensch über eine Situation, die ihm wichtig ist, wie zum Beispiel das Studium, eine ganz klare Einstellung hat, dass er das unbedingt schaffen will, dass er unbedingt sein Ziel erreichen will. Ich will Ärztin, ich will Arzt werden und ich wende meine ganze Zeit darauf auf. Jemand anderes, vielleicht aus dem Freundeskreis oder ein Partner, der dieses Ziel nicht hat und der vielleicht denkt, dass das Leben nur dann lebenswert ist, wenn man einen intensiven Freizeitbereich führt, würde dann sozusagen diese Einstellung, sich immer wieder dem Studium zuzuwenden und mit großer Intensität den Aufgaben zu folgen, nicht verstehen können und würde hier eine Abwertung erfahren. Das heißt, da könnte in dem Moment ein Unterschied in den kognitiven Bewertungen zwischen Selbst und Fremdbild erfolgen, die nicht unbedingt bewusst sind. Wir können das manchmal simpel zusammenfassen und sagen, naja, der mag das eben nicht, was ich tue oder es könnte auch sein, dass es tatsächlich ganz unterschiedliche Selbstkonzepte zur Grundlage hat. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum es zum Beispiel in industrialisierten Ländern zu Scheidungen kommt. Also dass unterschiedliche Einstellungen in Bezug auf die Arbeitsmotivation vorliegen und dann der Stress, der durch die Arbeit mit in die Partnerschaft oder in die Familie kommt, weil eben diese unterschiedlichen Einstellungen vorliegen, dann sozusagen zur Störung der Partnerschaft führt. So das heißt also, dass man hinsichtlich des Selbst- und Fremdbildes bei der Wahl seiner Freunde oder auch seiner Partner dann schon ziemlich genau hingucken sollte, mit wem man es da zu tun hat und ob es da Ähnlichkeiten gibt beziehungsweise Dinge, wo man sich gegenseitig eben halt bestärken kann, befruchten kann und nicht ausschließlich sozusagen also auf den Unterschied hin orientiert. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Klinik. Wir haben hier eine Patientin mit Verdachte von Gina Pektors, ein Patient, Entschuldigung, und dieser Patient hat 16 Stunden täglich gearbeitet. Der kommt jetzt zum Arzt mit dieser Symptomatik, kommt an und erklärt, ja, also ich soll hier mal herkommen. Irgendwie soll irgendwas nicht in Ordnung sein. Und nun sieht man also, der soll ein tägliches Fitnessprogramm sein, den Alltag integrieren, damit er sozusagen über den Sport die Gefäße und die Gefäßreagibilität beeinflussen kann, den Stress abbauen kann. Und nun stellt sich die Frage, dieser Mensch, der nun die Einstellung hat, 16 Stunden zu arbeiten und wo auch eine Notwendigkeit dahinter ist, wie real ist es, diesen Menschen von Behandlerseite ein Fitnessprogramm aufzubürden. Was meinen Sie, wird er das machen? Eher nicht. So, das heißt also, wenn dieser Mensch dieses Selbstkonzept hat, ich muss immer arbeiten, dann wird er Schwierigkeiten haben, dieser sinnvollen Behandlungsstrategie zu folgen. Ein Beispiel soll das verdeutlichen und ich komme dann auch später, wenn wir über Repressor reden, nochmal darauf zurück, auf dieses Beispiel. Mein allererster Patient war, na sagen wir es mal jetzt, eine Überraschung. Ich arbeitete zu dem Zeitpunkt in der Kardiologie, war 23 Jahre alt und bereitete mich also auf mein erstes Gespräch mit dem Patienten vor. Der wurde aufgenommen wegen Verdacht auf Infarkt und er kommt also rein und ja, wir stellen uns vor und ich frage ihn so, was er so für Stressoren in seinem Leben hat und er sagt, ich habe keinen Stress. Und ich dachte so, hatte gerade mein Studium zu Ende, hatte eine kleine Tochter und wusste, was ich für Stress habe und konnte mir also nicht vorstellen, dass jemand, der wegen so einer schweren Erkrankung kommt, keinen Stress hat und guckt ihn an und sagt, aha, also das heißt, Sie haben überhaupt gar keinen Stress. Nö. Wie lange arbeiten Sie denn? Ja, naja, so 18 Stunden. Ich sage, wie jetzt in der Woche? Nee, am Tag. Und er amüsiert sich. Ich sage, am Tag. Also ich war froh, wenn acht Stunden vorbei waren, ja, um mal ganz ehrlich zu sein. Und dann sage ich, das ist aber ganz schön viel. Meinen Sie nicht, dass das ein bisschen viel ist? Und er, nö, macht mir doch Spaß. Okay, so. Also mein Professor, der so als Supervisor im Hintergrund saß, stand auf, gab ihm die Hand, sagte, ist in Ordnung. Gehen Sie mal zurück in Ihr Zimmer, morgen wahrscheinlich so in den nächsten 24 Stunden werden Sie Ihren Unfahrt kriegen, die Kollegen werden sich um Sie kümmern, wir treffen uns danach wieder. Es war das kürzeste Gespräch meines Lebens, also mit einem Patienten, ja, so, und ich dachte, das gibt es doch nicht. Und fragte, nun habe ich denn nun alles falsch gemacht? Und er sagte, nein, aber dieser Mensch hat die Einstellung, dass 18 Stunden arbeiten, Spaß machen. Was willst du denn da mit dem noch reden? Ja, so, okay, gut. Ja, so, also jedenfalls haben wir dann gesagt, wir reden später und dann kam er wieder und vielleicht haben Sie schon, der eine oder andere hat vielleicht schon in der Kardiologie gearbeitet und davon gehört, dieser Schmerz, den der Patient empfindet unter dem Infarkt, ist ein vernichtender Schmerz. Ja, da entsteht massive Todesangst und unter diesem Schmerz hat dann der Patient angefangen, darüber nachzudenken, ich sollte vielleicht doch etwas verändern. Und nun kommt er also an und sagt, also welche Möglichkeiten gibt es dann? Also, was würden Sie denn machen? So, das ist eine ganz fatale Frage. Kann ich Ihnen gleich sagen, für unser Kommunikationstraining, nie antworten. Ja, weil was Sie machen würden, würde der Patient nie machen. Der muss seinen eigenen Weg finden. Okay. Also jedenfalls haben wir dann geguckt, was man machen kann und wo man reduzieren kann, was er in seiner Chefposition an Aufgaben verteilen kann, wie er umkoordinieren kann und, 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 und. Ein Vierteljahr später schrieb er uns eine Karte und sagte, ich habe einen großen Erfolg. Ich arbeite jetzt nur noch zwölf Stunden. So, fand ich immer noch ein bisschen viel. Aber naja. So, also das heißt, das ist in dem Moment, wo jemand dieses Selbstkonzept hat, dass das, was er tut, Spaß macht, ganz egal, ob er dabei krank wird oder nicht, sind uns in gewisser Weise ein bisschen die Hände gebunden. Es muss also etwas passieren, was ihm erlaubt, tatsächlich seine Einstellung zu überdenken. Ja. Hier war also, das ist also ein Beispiel für eine klare Diskrepanz zwischen Selbst und Freiburg. So, das Selbstbild des Patienten war in dem Falle, wenn wir das jetzt mal ein bisschen näher beleuchten. Ich bin stark, daher werde ich trotz des Infarktes weiterarbeiten wie bisher. Das fremdbild durch den Arzt, er ignoriert die körperliche Überforderung und provoziert den nächsten Infarkt. die Lösung wäre jetzt, was können Sie tun, dass Sie beides schaffen. Ja, also wenn er schon so übermäßig leistungsorientiert ist, dann hole ich ihn dort ab und sage, okay, dann versucht er mal, beides zu schaffen. Wie geht das? Was könnten Sie jetzt tun, um beides zu schaffen? So effektiv wie bisher weiterarbeiten und Fitness und Entspannung integrieren. Ja, und das führte dann zu dieser Postkarte. Ja, also war nicht die schlechteste Strategie. Ist das verständlich? Ja, wie wir versuchen, Selbst- und Fremdbild miteinander zu integrieren. Ja, das heißt also, deswegen sagte ich vorhin, niemals auf die Frage antworten, was würden Sie tun, weil Sie haben Ihr eigenes Selbstbild. Ja, und Sie haben Ihre Gründe dafür. Dies kann der Patient nicht übernehmen. Wenn ich aber versuche, die beiden selbst unfremdbild miteinander zu integrieren, findet sich meistens ein Lösungsansatz. So, jetzt kommen wir zum zweiten Problemfeld, dem Selbstwertgefühl. Die Definition bedeutet, es entspricht der Bewertung der eigenen Persönlichkeit. Also, welche Werte ich habe, wie wichtig für mich bestimmte Aspekte in meinem Leben sind, was zum Beispiel Beziehungen anbetrifft, was die Arbeit anbetrifft, was den sozialen Bereich anbetrifft, auch politische Einstellungen. Und das alles schließt sich ein in die eigene Persönlichkeit und die Bewertung dieser eigenen Persönlichkeit ist das Selbstwertgefühl. Und auch dieses ist, ähnlich wie die Persönlichkeit, mittelfristig stabil. Das Wohlbefinden dabei kann als sogenannter individueller Sollwert betrachtet werden. Das heißt also, er ist entscheidend für das Wohlbefinden. Und ein Beispiel davon habe ich Ihnen schon gebracht. Das heißt, wenn jetzt der Mensch eine Querschnittslähmung erfahren hat, dann wird er, wie gesagt, in den ersten zehn Tagen erst mal eine starke Einschränkung seines Wohlbefindens haben, wird aber wieder zu seinen früheren Einstellungen zurückfinden und die versuchen, für die jetzige Situation sozusagen als, wie hier steht, individueller Sollwert anzuwenden. Dabei gibt es dann verschiedenste Einflussfaktoren. Das hängt davon ab, welche Persönlichkeitseigenschaften man hat. Man spricht hier von den sogenannten Big Five. Dazu gehört die Extroversion, dazu gehört der Neurotizismus, dazu gehört die Offenheit. Es hängt auch von Lebensereignissen ab, ob diese eher positiv sind oder kritisch. Also wenn zum Beispiel der Unfall passiert ist innerhalb des Freizeitsportes, ist es eine völlig andere Situation für die Verarbeitung der späteren Erkrankung, als wenn es zum Beispiel während des Wettkampfs passiert ist oder wenn es sogar sich um kriminelle Einflussmaßnahmen handelt. Also das heißt, das muss man dann ganz konkret erfragen, um eben halt auch das Wohlbefinden näher charakterisieren zu können und das auch wieder erreichen zu können. Und es hängt auch von der Selbstwirksamkeit ab, nach Bendura, der im Jahre 77 dieses Konzept der Selbstwirksamkeit oder im Englischen Self-Efficacy definiert hat. Das heißt also, der Glaube, dass du etwas bewirken kannst. Und er hat einen sehr wichtigen Satz geprägt, er hat gesagt, dass du glaubst, dass du was bewirkst, bedeutet nicht, dass du es schaffst, aber es bedeutet auf jeden Fall, dass du nicht versorgst. Und das ist ein ganz wichtiger Satz auch für das Gelingen ihres Studiums, dass sie wissen, dass sie hier sind, dass sie es geschafft haben, diesen Studienplatz zu kriegen, bedeutet viel. Und es bedeutet, dass man der Meinung ist, dass sie das schaffen können. Und dass es da so einige Hürden gibt, und davon gibt es leider eine Menge, ist eine andere Geschichte, aber sie haben schon mal bewiesen, durch eine etliche Anzahl von Jahren, dass sie hierher gehören. Und mit diesem Gefühl der Selbstwirksamkeit kann man also, auch wenn es manchmal schwer fällt, sein Wohlbefinden, sagen wir mal, wiederherstellen. Und natürlich auch die Intuition spielt eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel folgende Situation, wenn wir Patienten, die mit der Diagnose einer Krebserkrankung konfrontiert werden, befragen, ob sie glauben, dass sie diese Erkrankung überstehen, überleben werden, vielleicht sogar geheilt werden, sofern man das sagen darf, weil es ist ja eigentlich eine chronische Erkrankung, oder ob sie an dieser Erkrankung sterben werden, sehen wir eine über 95%ige Übereinstimmung zwischen der Intuition und dem tatsächlichen Ergebnis. Bezüglich dessen, dass sie überleben, ist die Übereinstimmung sogar bei 98%. Das heißt also, wir können, indem wir nach dem Bauchgefühl sozusagen unserer Patienten fragen, sehr genau vertrauen auf den eigentlichen Verlauf und uns auch hinsichtlich der Behandlung darauf einstellen. Wenn Sie sich erinnern, im Seminar, als Sie den Film gesehen haben, wo es um diese junge Abiturientin ging, die eine Leukämie überstanden hat, können Sie sich erinnern? Da war die Situation, dass sie berichtet hat, dass sie ab einem bestimmten Moment das Gefühl hat, sie muss diese Medikamente jetzt nicht mehr nehmen. das ist etwas, was wir sehr oft erleben. Der Patient spürt etwas und wenn wir die Kraft haben und dazu gehört viel, viel Kraft, viel, viel Vertrauen, dem Patienten seine Intuition zu glauben und uns auch danach zu richten, arbeiten wir sozusagen mit dem Patienten gemeinsam und das sind die Dinge, die häufig in sehr positiven Krankheitsverlauf nach sich ziehen. Die Intuition ist ja, wie Sie vielleicht wissen, die Gesamtheit aus Intelligenz, Emotionalität und Erfahrung, also eigentlich die höchste Form der Intelligenz und jemand, der über eine gesunde Intuition verfügt, ist eigentlich in vielerlei Hinsicht geschützt. Und wenn unsere Patienten uns das mitteilen, dann ist es ein privates Mittel, das auch für die Diagnostik oder im Therapieverlauf wirken zu lassen. So, nun kommen wir zu den Verhaltensstilen als dritten Punkt unserer Vorlesung. Hier unterscheiden wir verschiedene Verhaltensstile. Wir haben die Interferenzneigung, wir haben die sogenannte Feldabhängigkeit, wir haben das Sensation Seeking, das Nobility Seeking, wir haben den Repressor Sensitizer, wir haben die Feindseligkeit und wir haben auch die Bewältigung. Und wir gehen jetzt für jeden einzelnen Verhaltensstil durch und beschäftigen uns damit im Einzelnen, was das auch für die Krankheiten bedeutet. Nehmen wir als erstes die Indifferenzneigung. Indifferenz oder im Englischen Interference bedeutet Beeinträchtigung, bedeutet Störanfälligkeit gegenüber Reizen in einer Wahrnehmungssituation. Die Psychologie hat einen Test, den nennen sie Strobetest und in diesem Strobetest ist die Aufgabe, dass der Patient oder der Proband Farbwörter liest. Da steht also gelb, rot, grün. Der Unterschied zu einem normalen Text besteht darin, dass diese Farbwörter in unterschiedlicher Farbe geschrieben worden sind. Wobei die Farbe, in der es geschrieben worden ist, niemals der Bedeutung des Wortes entspricht. Also meinetwegen da steht das Wort grün und ist in gelb geschrieben. Und die Aufgabe besteht jetzt nicht darin vorzulesen, sondern die Aufgabe besteht darin, die Farbe zu nennen, in der das Wort geschrieben ist. Das ist ein sehr schöner Test, um die Indifferenzneigung zu erfassen. Die Indifferenzneigung ist besonders hoch, wenn es sich um Hirnschädigungen handelt, zum Beispiel nach Autounfall. Und damit kann man die Funktionsfähigkeit des Gehirns erfassen. Man hat dann auch bestimmte Standardisierungsprozeduren durchlaufen und weiß, wie viele Sekunden ein gesundes Gehirn braucht, um diesen Text sozusagen zu berichten und wie viele Sekunden sozusagen jemand braucht, der zum Beispiel ein hirnorganisches Psychosyndrom nach Autounfall hat. Und kann damit über diese Funktionstests sehr gut die Funktionalität des Gehirns messen. dieser Strobetest kann aber auch im Persönlichkeitsbereich angewendet werden. Hier ist es nochmal aufgebildet, also diese Wörter gelb, rot, grün sind also in rot, blau und schwarz geschrieben. Und zum Beispiel bei der posttraumatischen Belastungsstörung kann man das sehr gut nutzen, um zu sehen, zum Beispiel auch im Kindesalter nach sexuellem Missbrauch, ob tatsächlich eine Störanfälligkeit des Gehirns vorliegt, was oftmals nach posttraumatischer Belastungsstörung der Fall ist. Und dann sehen wir, wenn jetzt sozusagen der Patient die Farben nennt für diese drei Worte, dass er dann bei dem dritten Wort Missbrauch wesentlich signifikant länger braucht, diese Farbe zu nennen, als bei den Wörtern Apfel. Blut kann auch nochmal anders sein, aber auf jeden Fall nicht bei dem Wort Apfel. Und das bedeutet, dass man anhand dieser Funktionstests erkennen kann, ob eine Schädigung oder eine Störung im ZNS vorliegt und zugleich bestimmen kann, wie hoch die Interferenzneigung ist. So, das heißt also, diese neuropsychologischen Beeinträchtigungen finden wir bei bestimmten ZNS-Erkrankungen, also wir finden das auch bei MS zum Beispiel, also Multiple Sklerose, wir finden es aber auch bei Angst und Depressionen. Und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was wir gestern gesagt haben, dass wir kaum Krankheiten finden, wo man sagen könnte, das ist nur organisch oder nur psychisch, weil natürlich jede psychische Erkrankung oder angloamerikanisch sagt man psychiatrische Erkrankung auch immer bestimmte endokrine Veränderungen hat, bestimmte veränderte Hirnantworten hat, bis hin zu Neubildung von neuronalen Zellverbänden, die eine bestimmte Reaktivität im Gehirn ermöglichen, die es vorher gar nicht gab. Also klare strukturelle Veränderungen auch. So ein anderer Verhaltensstil, der uns auch helfen kann, etwas näher über die Erkrankung zu erfahren, ist die Feldabhängigkeit. Das ist die Tendenz, das Verhalten an der Umgebung auszurichten statt an inneren Maßstäben. Diese Tendenz wird sicherlich jeder von uns in verschiedenen Niveaustufen kennen. Dass es auch notwendig ist, wenn man Mitglied der Gesellschaft ist, dass man von Zeit zu Zeit sein Verhalten an der Gesellschaft ausrichtet. Aber es kann auch Situationen geben, wo es darum geht zu entscheiden, folge ich jetzt sozusagen der hier verordneten Norm oder folge ich meinem eigenen inneren Maßstab. Also da, wo wir dann wieder natürlich ganz bewusst eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Frontbild kreieren, aber zum Anderen auch vielleicht die Möglichkeit haben, bestimmte Leistungen zu erbringen. Wenn Sie zum Beispiel an solche beeindruckenden Entdeckungen wie die Entdeckung der Glühbirne denken, wurde von dem Entdecker der Glühbirne der schönen Satz geprägt, ich habe nicht tausendmal versagt, ich habe es nur tausendmal probiert. Vielleicht kennen Sie ja diese Geschichte, den wollten Sie schon in die psychiatrische Klinik einweisen, weil er immer weiter an seiner Glühbirne forschte und einfach nicht aufhörte, obwohl er tausend Misserfolge hatte, wie die Umgebung sagte. Aber das war nicht der richtige Weg. Für ihn war es der Weg, dass er gesehen hat, er wird das schaffen, er kriegt das hin. Und seine Bewertung war, ich habe es tausendmal versucht. Das heißt, er hat nach seinen inneren Maßstäben gehandelt und nicht an sein Verhalten, an die Umgebung angepasst. Mögliche Konsequenzen, wenn man sozusagen eher das Verhalten an der Umgebung ausrichtet, können unter Umständen Hilflosigkeit sein oder auch Durchsetzungsprobleme. Wir sehen das häufig bei Patienten, die mit einem Mobbing Problem zu uns kommen. Es gibt viele Menschen, die in schwierige Lebenssituationen geraten und feststellen, sie kommen mit manchen Menschen nicht zurecht. Es gibt immer wieder Streitigkeiten und die relativ schnell entscheiden, so will ich nicht leben, das will ich nicht und verlassen dieses störende Umfeld, ohne vielleicht geklärt zu haben, warum das so ist. Es gibt aber auch Menschen, die versuchen zu kämpfen und versuchen immer wieder diese Akzeptanz von jemandem zu bekommen, von dem sie keine Akzeptanz bekommen können und immer wieder versuchen, ihr Verhalten nach der Umgebung auszurichten. Die Effekte davon sind Hilflosigkeit und Durchsetzungsprobleme und nicht selten auch eine Depressivität oder auch Schlafstörungen, Erschöpfung, Burnout und auch Essstörungen. Das ist eines der schwierigsten Probleme, wenn die jungen Menschen zu uns kommen und eben sehen, dass sie versucht haben, eigentlich ihren inneren Maßstab zu folgen, es aber nicht konnten. Und oftmals sehen wir eben, dass Menschen sind, die aus sehr leistungsorientierten Familien kommen und diese hohe Leistungsorientiertheit aber auf Kosten der emotionalen Wärme, der Empathie geht und bei diesen Menschen dann ein Kontrollverlustgefühl entstehen lässt. Weil man kann nicht alle Leistungen erfüllen können, das geht nicht. Man kann manche erfüllen, aber man kann nicht alle erfüllen. Und dann sozusagen der Ausweg lediglich darin besteht, dass sie wenigstens ihr Essen oder ihr Essverhalten beeinflussen können. Dass das dann ein Trugschluss wird und dann irgendwann zur Sucht wird und dann nicht mehr beeinflussbar ist, ist dann noch die Konsequenz des Ganzen, aber angefangen hat das ursprünglich mit dieser Feldabhängigkeit. Ist das für Sie deutlich, wie Verhaltensstile Krankheiten beeinflussen? Ja, wird das deutlich? Okay, gut, dann machen wir weiter, nehmen wir das Sensation Seeking, das ist die Tendenz, stimulierende Situationen aufzusuchen, zum Beispiel die Neigung zu riskanten Verhalten, wie schnell ist Autofahren oder Drogenmissbrauch und hier existiert eine biologische Hypothese und zwar, dass das passiert, um einen Ausgleich einer zu geringen Noradrenalin Aktivität zu vollführen. Das heißt, Menschen, die aus gewissen genetischen Gründen heraus zu wenig Noradrenalin produzieren, scheinen dazu zu neigen, besonders risikovolle Situationen aufzusuchen. Man könnte das auch psychophysiologisch, also stressphysiologisch erklären, indem man sagt, wenn diese Menschen zu wenig Noradrenalin produzieren, dann könnte es sein, dass auch zu wenig Angst empfunden wird und Angst kann ja auch ein Warnsignal sein. Und wenn ich jetzt das Warnsignal habe, dass bestimmte Risikosituationen mich in eine schwierige gesundheitliche Situation führen könnten, werde ich es nicht tun. Habe ich aber dieses Warnsignal nicht, setze ich mich diesem aus. So, wir sehen zum Beispiel, dass auch bei kardiologischen Erkrankungen, nicht zuletzt auch bei dem Patienten, über den ich vorhin gerade berichtet habe, dass er mehr und mehr in der Lage war, seinen Tagesablauf zu erhöhen. Ich habe ihn dann mal gefragt, ob er denn schon immer 18 Stunden gearbeitet hätte, weil mir das einfach unvorstellbar schien. Er sagte, ich habe eigentlich immer gern gearbeitet, aber ich kann mich erinnern, schon in der Grundschule wurde mir gesagt, dass es gut ist, auch mal eine Pause zu machen. Ich habe das irgendwie nie gespürt. Da fehlte so dieses Gefühl, wie schön es ist, auch mal zur Ruhe zu kommen, sich mal zu entspannen, das fehlte irgendwie völlig. Und wenn Menschen schon von der Kindheit an nicht lernen können, ist es ganz folgerichtig, dass sie dann in so einen Rhythmus kommen, wo sie sozusagen wie ein permanent arbeitender Motor arbeiten, bloß das hält natürlich kein Organismus aus und reagiert dann eben halt irgendwann auch mit einer kardiologischen Erkrankung. Suchterkrankungen sind auch häufig davon betroffen, insbesondere was natürlich auch den Drogenmissbrauch anbetrifft. Und sehr verwandt zum Sensation Seeking ist das Novelty Seeking, also die Suche nach Neuigkeit, nach Abwechslung, nach Aufregung. Und hier wird sogar ein genetischer Einfluss diskutiert, und zwar das Allel des Dopaminrezeptor Gen 4 mit der Folge, dass zentral nervös ein Dopamindefizit zu finden ist. Das heißt also, dass zu wenig Dopamin produziert wird, während eben diese Suche nach Neuigkeit zu einer Erhöhung des Dopaminspiegels führt. Krankheiten, die man dafür findet, sind vor allen Dingen die Hyperaktivität, also das ADHD, und die sozusagen nur dann günstig zu beeinflussen sind, wenn die Patienten auch tatsächlich lernen, dass diese Suche nach Neuem nur dann sinnvoll ist, wenn es die Funktion erfüllt, die eigene Motivation zu erhöhen. Und das ist natürlich im Kindesalter eine ganz spezifische Herausforderung. Ein günstiges Konzept ist dabei, diese Kinder in Sportgruppen sozusagen zu integrieren, weil dann diese Suche nach dem Neuen, nach immer wieder neuen Erfolgen und immer wieder neuen Herausforderungen im Sport noch am effektivsten zu kanalisieren ist. Dann gibt es natürlich noch andere endokrine Prozesse, die da eine Rolle spielen, aber die sind jetzt erst mal sekundär, damit werden sie sich dann beschäftigen, wenn sie zu der Frau Becker in die Kinder- Neuropsychiatrie gehen. Unser nächster Verhaltensstil sind die Repressor-Sensitizer. Hier ein Beispiel für die Repressor. Und die Definition, es sind Personen, die sich generell gedanklich und instrumentell wenig mit bedrohungsrelevanten Situationsmerkmalen befassen. Das heißt, es ist eine rigide, kognitive Vermeidung. Also das, was ich Ihnen von dem Patienten, den ich als allererstes kennengelernt habe, erzählt habe, der hat nicht einen einzigen Gedanken darauf verschwendet, dass es ja vielleicht 18 Stunden ganz schön viel ist. Selbst später, als wir diskutierten, ob denn das vielleicht negative Auswirkungen für seine Familie hat, weil er ja eigentlich nie zu Hause ist, war er doch sehr erstaunt, dass er diese Frage beantworten sollte. Also er hat da tatsächlich keinen Gedanken darauf verschwendet. Er kam auch nicht auf die Idee, dass ihm da in irgendeiner Form vielleicht was verloren geht, wenn er vielleicht dann seine Enkel nicht sieht oder die Enkel nicht erlebt. Das waren alles Dinge, die für ihn erstmal gar keine Rolle spielten. Das war eine ganz klare Rigidität in seinem Denken, was eben ausschließlich auf das Arbeiten bezogen war. So, und der Sensitizer dagegen versucht, ohne eingehendere Berücksichtigung, der für die Auswahl eines bestimmten Bewältigungsverhaltens jeweils relevanten Situationsaspekte vergleichsweise durchgängig in der betreffenden Situation Kontrolle auszuüben. Das heißt also, wenn wir Patienten haben, die besonders viel wissen möchten, die uns auch signalisieren, dass sie immer wieder Fragen haben, dann wären das Patienten, die eher in ihrer Angstbewältigung als Sensitizer einzuschätzen werden. Die Arbeit mit diesem Patienten ist zwar zeitintensiv, aber erfreulich, einfach und oft vom Erfolg gekrönt. Die Arbeit mit Repressern ist etwas, wo meine ärztlichen Kollegen immer sagen, furchtbar, schrecklich, Angst. Weil in dem Moment, wo der Patient uns bestimmte Symptome nicht schildert, wir ja auch in der Gefahr sind, eine Fehldiagnose zu stellen oder vielleicht den Krankheitsverlauf nicht ausreichend genug bewerten können und dann dadurch Fehler unterlaufen können. Das heißt, die Herausforderung mit einem Repressor zu arbeiten ist wesentlich schwieriger und höher als mit einem Sensibilisierer zu arbeiten oder Sensitizer. Wir haben Untersuchungen, die von KRONE durchgeführt wurden, die darauf hindeuten, dass das zwei Angstbewältigungsstrategien sind, die offenbar genetisch fixiert sind. Und diese genetische Fixation ist natürlich noch nicht im Einzelnen nachgewiesen, das wird wahrscheinlich auch nur schwer gelingen, weil einfach der Übergang zwischen genetischer und Lerngeschichte sehr fließend sein kann. Aber wir wissen, dass es sich hier um eine gewisse Unveränderbarkeit handelt. Für Fragen, welche Therapie geeignet sind, wie zum Beispiel, was wir uns letztens angesehen haben, die Patientenschulung, ist ganz klar zu sagen, sagen, dass der Sensibilisierer von der Patientenschulung hoch profitieren wird, weil der verliert seine Angst, indem er mehr Informationen bekommt, die ihm mehr Kontrolle über die Erkrankung geben. Macht Sinn, oder? Der Repressor dagegen, der ausschließlich auf die positiven Aspekte zielt, wie der eine Kardiologie-Patient, von dem ich gestern noch berichtet habe, der sagte, ich kann nur noch drei Stufen steigen, ich weiß gar nicht, was meine Frau hat. Der würde niemals positiv und mit Motivation darauf reagieren, dass er in die Klinik soll, wenn man ihm all die Informationen gibt, was dann in der Klinik mit ihm gemacht wird. Sagt ihm aber der Arzt, danach können sie bestimmt sechs Stufen steigen, wenn nicht sogar noch mehr. Also auf das Positive fokussiert, hat man eine gewisse Chance, auch diesen Menschen zu motivieren, bestimmte Behandlungen über sich ergehen zu lassen. Und dafür brauchen wir diese Einschätzung der Verhaltensstile, um in unserer Therapie effektiv zu sein. Und ein anderer Verhaltensstil ist das Wettbewerbsstreben. Da gab es in den 70er Jahren zwei Forscher, die haben das sogenannte Typ A Verhalten charakterisiert mit den Begriffen Feindseligkeit, hohes Leistungsstreben, starkes Verantwortungsgefühl, hohe Einsatzbereitschaft bis hin zur Verausgabung, hohes Kontrollbedürfnis und immer unter Zeitdruck und möglichst ungeduldig. eigentlich war das nur eine wissenschaftliche Studie, die eine bestimmte Gruppe von Menschen untersucht hat. Diese Gruppe war nun in der Kardiologie angesiedelt und fälschlicherweise haben dann einige Kollegen daraus gemacht, alle kardiologischen Patienten zeigen das Typ A Verhalten. Und ich möchte Ihnen sagen, es gibt dieses Verhalten, aber nicht alle kardiologisch erkrankten Patienten zeigen, das Typ A Verhalten. Es gibt auch eine gewisse andere, eine große Gruppe, die zeigt das volle Gegenteil. Aber es gibt natürlich einige von diesen und das sind natürlich Menschen, die sich ungeheuer verausgaben und ständig unter Spannung stehen, ständig unter Strom stehen, wo man dann, wenn man da als relativ entspannter Mensch daneben steht oder sogar mit ihnen vielleicht Mittag oder Abend ist, also fast schon Magengeschwür kriegt vor lauter Stress, weil die einfach so eine Unruhe verbreiten. Und das ist natürlich klar, dass dann, wenn sie behandelt werden bezüglich ihrer Erzterkrankung dann auch hinsichtlich ihres Verhaltensstils einige Veränderungen vollziehen müssen. Und manche schaffen das auch, aber es ist für die Patienten schon eine Herausforderung. Das heißt, also kardiologische Erkrankungen, wir kennen das aber auch zum Teil bei bestimmten Schmerzerkrankungen, vor allen Dingen so im Rückenschmerzbereich, die dann mit starker Muskelanspannung einhergehen und wo natürlich die Idee, denjenigen dann ins Fitnessprogramm zu integrieren oder Massagen zu geben, nur wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein wirken, weil ja dieses durchgängige Verhalten dann immer wieder Stressfaktoren sozusagen hervorruft. Das heißt, man muss auch hier multimodal vorgehen und muss von drei verschiedenen Seiten kommen, einerseits medikamentös, andererseits psychotherapeutisch und auch physiotherapeutisch. So und dann gibt es einen Verhaltensstil, was immerhin 30 Prozent unserer chronisch kranken Patienten zeigen. Das ist die aktive Bewältigung im Unterschied zum passiv-resignativen Stil. Und die aktive Bewältigung sieht man eben daran, wenn Patienten zum Beispiel die Motivation haben, an der Patientenschulung teilzunehmen, wenn sie durch die Informationen, die sie dadurch bekommen, ihre Einstellung zu bestimmten Prozessen ändern. Dazu gibt es diesen Fachbegriff der kognitiven Umstrukturierung, das heißt, es erfolgt eine Umbewertung. Gerade unter dem Aspekt, wenn jetzt jemand sein Selbstkonzept dadurch definiert hat und auch seinen Selbstwert dadurch definiert hat, dass er ungeheuer leistungsorientiert sein muss und dann aufgrund der chronischen Erkrankung spürt, dass es auch ohne ihn geht, dass es auch Möglichkeiten gibt, wo er Aufgaben verteilen kann, wo er sich auf Freizeitaktivitäten oder auf Aufgaben innerhalb der Familie orientieren kann und ihn das auch bereichern kann, sind Dinge gegeben, die wir als kognitive Umstrukturierung bezeichnen. Das sind nur einige wenige Beispiele, es gibt aber auch noch viel, viel tiefer gehende Beispiele für eine kognitive Umstrukturierung, die nicht nur den Leistungsaspekt anbetreffen, sondern auch die Fähigkeit, sich auf diese Erkrankung einzulassen. Also zum Beispiel, wir machen manchmal als Behandler den Fehler, wenn der Patient jetzt die chronische Krankheit hat, wir die Diagnose ihm gegeben haben, dass wir sagen, jetzt müssen sie damit leben. Und dieser Satz ist wie so ein Faustschlag direkt ins Gesicht, weil die Patienten nicht wissen, wie. Und wenn ihnen jetzt einfach nur gesagt wird, damit müssen sie jetzt leben, ist das ungeheuer schwer und zeigt ihnen eigentlich nur, was sie nicht können. Ich hatte das Glück, relativ schnell, als ich dann von der Kardiologie in die Rheumatologie übergegangen bin, an Patienten zu kommen, Patienten kennenzulernen, die eben genau diesen aktiven Bewertigungsstil hatten. Es war noch zu einer Zeit, wo es noch keine Ergotherapie gab, also die Möglichkeit, so Hilfsmittel industriell herzustellen. Und eine Patientin, die ich da traf, berichtete mir zum Beispiel ganz stolz, dass sie aufgrund des Rheumas nur schwer in der Lage ist, den Knopf durchs Knopf zu ziehen. Das hört sich erst mal trivial an, aber das machen wir ja fast jeden Tag. Und wenn du das nicht kannst und immer die Hilfe von anderen brauchst, kann das ganz schön demütigend sein? Und sie sagte, ich habe das meinem Mann gesagt, kann sie nicht irgendwas erfinden, damit ich mal diesen blöden Knopf durch dieses Knopfloch kriege? Und da hat er sich gedacht, dann nimmt er mal einen Stock und macht ein Draht rein, so dass es eine Schlaufe wird und dann gucken wir mal, dass das da durchklappt und siehst du, es geht. Und dann hat er noch den Stock ein bisschen verdeckt, mit einer ordentlichen Binde und dann kann ich das jetzt alles alleine. Und dann guckte sie mich so an und sagte, sie können sich nicht vorstellen, was das für einen Einfluss auf die Familie hat, wenn meine Kinder sehen, dass selbst ich, die so beeinträchtigt ist, meine Probleme löse, dann wissen die, die können das auch. Und dann weiß ich, die kriegen das hin, ganz egal, was ihnen da so die Welt an Herausforderungen stellt, die kriegen das hin. Und das ist diese Grundeinstellung von aktiver Bewältigung, dass es von Zeit zu Zeit schwer sein kann, dass man auch mal weinen kann und auch mal sauer sein kann oder auch mal Angst haben kann, aber dass es eigentlich möglich ist, dass Probleme im Prinzip lösbar sind, von einigen Ausnahmen abgesehen. Und da ist eben mit der Erkrankung hat diese Patientin für sich mehr und mehr Strategien und Techniken entwickelt, immer wieder den Herausforderungen gerecht zu werden. Und sagt dann eben zum Schluss des Gesprächs, eigentlich hat mir die Krankheit geholfen, stärker zu werden. Und stärker meint sie, geschützter, nicht angreifbarer zu werden. Und da ist eine ganz klare kognitive Umstrukturierung passiert. Und Sie können sich sicher vorstellen, jeder von Ihnen wird ja schon mal Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen gehabt haben. Was das für ein Leben und für eine Herausforderung sein muss, wenn man das jeden Tag hat. Also spätestens nach dem zweiten Tag Zahnschmerzen ist man ja irgendwie vollkommen nervös und kürre und überhaupt versteht man die Welt nicht mehr. Und die leben aber das ganze Leben damit. Es ist also eine wirklich starke Herausforderung, die verschiedene Fertigkeiten verlangt, damit zurechtzukommen. Und das bezeichnen Patienten, die aktiv ihre Krankheit bewältigen, als gesundes Verhalten. Dieses gesunde Verhalten ist nicht dasselbe wie ein gesunder, wie wenn sich ein gesunder verhält. Es ist ein der Krankheit angemessenes Verhalten, was dazu führt, dass die Krankheit sich nicht verstärkt. Also wenn wir zum Beispiel, um mal ein anderes klinisches Beispiel zu bringen, eine Patientin haben, die nachdem sie eine Achillesruptur hatte, also ein Sehnenriss im linken Fuß, dann nicht mehr in der Lage war, trotz Operation wieder auf die Beine zu kommen, weil sie die ganze Zeit auf der Couch lag und in die Situation kam, dass die Familie ihr geholfen hat, ihr Leben zu bewältigen und leider ihr aber damit auch das Gefühl gegeben hat, dass sie das alleine nicht mehr schafft, dann wäre das ein Ausdruck von Schmerzverhalten, von nicht gesunden Verhalten. Wenn diese Patientin dann wieder anfängt, langsam zu trainieren und sagt, okay, ich habe jetzt eine Zeit, wo ich 18 Stunden im Bett liege, ich muss da wieder raus, ich muss wieder am Leben teilnehmen, ich möchte das wieder und dann langsam anfängt zu trainieren, anfängt mit 5 Minuten, das steigert auf 10 Minuten, dabei lernt sich zu belohnen, weil sie bemerkt hat, dass jede Art der Verurteilung nur dazu führt, dass sie einen Rückschritt erleidet, dann ist das gesundes Verhalten. Und davon kann man auch selber als Behandler lernen. Also ich wage zu behaupten, dass ich sehr viel von meinen Patienten gelernt habe, was die klinischen Dinge anbetrifft, bestimmt mehr als aus jedem Lehrbuch. So, was ist jetzt der passiv-resignative Stil? Das sind Patienten, die oftmals unter Ängsten leiden, die eben so, wie ich von der einen Patientin berichtete, in der Situation waren, dass ihnen unwahrscheinlich viel abgenommen wird. Daraufhin die Angst entwickeln, nicht mehr alleine das machen zu können und dann sogar obwohl oder gerade deswegen, weil die Familie so stark geholfen hat, ihren Schmerz sogar noch stärker wahrnehmen, weil sich alles um diesen Schmerz dreht oder alles um die Erkrankung dreht. Und das ist eine sogenannte dysfunktionale Verarbeitung, die mit Angst einhergeht und das sieht man den Patienten meistens auch so an, weil die auch ganz klar das in ihrem Verhalten zeigen, wie sehr sie leiden. Ganz anders Patienten, die unter Depressionen leiden, also außer chronischen Erkrankungen wie Karzinomerkrankungen oder Diabetes oder auch kardiologische oder rheumatologische Erkrankungen. Da spielt oftmals eine Rolle, dass sie zu wenig, also genau das Gegenteil, soziale Unterstützung erfahren, weil möglicherweise der Partner sehr negativ auf die Erkrankung reagiert. Wir haben lange Zeit gedacht, naja, die haben vielleicht schlicht und ergreifend Eheprobleme und haben dann erst so nach und nach herausgefunden, dass es eher, nachdem wir uns die Krankheiten der Partner angeguckt haben, dass diese Menschen eher unter maskierten Depressionen litten und aus diesem Grunde gar nicht in der Lage waren, auf ihre Ehepartner einzugehen, die unter einer chronischen Erkrankung litten. Und da entstand so ein interpersonell beeinträchtigtes Bewältigungsmuster, was also sich darin zeigt, dass diese Patienten extrem aktiv sind, überaktiv sind und dann aber so innerhalb des Stresses so eine Stressanalgesie erleben, also weniger Schmerz erleben, damit sozusagen immer mehr Grund haben, so extrem aktiv zu sein, solange bis sie dann zusammenkrachen, weil man das einfach auf die Dauer nicht durchhält. Das kann man dann nicht so ganz leicht erkennen, das erkennen man meistens daran, dass die Patienten sich für ihre Erkrankung entschuldigen. Mein Mann hätte sicherlich was Besseres verdient, meine armen Kinder müssen dann mit mir klarkommen. Und dahinter steht, dass sozusagen eine tiefe Schuld empfunden wird, dass sie so krank sind. Und hier sind zwei völlig unterschiedliche Verhaltensstile, die bei ein und derselben Erkrankung auftreten können. Und während ich die ersten, die sozusagen 18 Stunden im Bett liege, aktivieren muss, dass sie was tun, dass sie wieder zu sich selbst finden, muss ich die anderen aus der Aktivität rausnehmen und muss sie versuchen, dahin zu führen, etwas für sich zu tun. Sozusagen ihren Selbstwert zu erhöhen, indem sie etwas für sich tun. Ist das verständlich? Das heißt, wir haben eine Diagnose, aber wir gucken uns auch an, was die Verhaltensstile sind und erst dann entscheiden, welche Therapie könnte die effektivste sein. Und das ist im Prinzip das, was wir das gelebte biopsychosoziale Modell nennen. Dass man wirklich guckt, wo kriege ich die Informationen von drei verschiedenen Seiten, packt die zusammen und guckt, was könnte jetzt eine geeignete Therapiestrategie sein. So, ja, und natürlich zu diesem passiv-resignativen Stil gehört auch eine Rigidität und ein starkes Krankheitsverhalten. So, jetzt haben wir also über das Selbstkonzept, wir haben über den Selbstwert gesprochen, wir haben über die Verhaltensstile gesprochen und nun kommen wir zur Persönlichkeitsentwicklung. Diese Persönlichkeitsentwicklung ist abhängig von der Interaktion zwischen Person und Umwelt. So, das heißt, wir sind natürlich Bestandteil unserer Umwelt, also sind wir auch zum gewissen Teil abhängig von unserer Umwelt. Das heißt also, es spielt als ein wichtiger Faktor die Umweltexposition eine Rolle, also die Art der Situation, denen der Mensch ausgesetzt ist. Wenn also ein Mensch unter sehr ärmlichen Bedingungen aufwächst, kommt er mehr oder weniger in die Situation, sich behaupten zu müssen und herausfinden zu müssen, wie er sein Leben bewältigen kann. Im Unterschied zum Beispiel zu Menschen, die von vornherein unter recht harmonischen Bedingungen aufwachsen. Interessant dabei ist, dass nach einer großen Studie, die auf den Bahamas durchgeführt wurde, wo es also doch viele oder wo es eine große Anzahl von niedrigem sozialen Status gibt, dass eine gewisse Anzahl von Kindern ein Verhalten entwickelt haben, das ihnen gestattete, später sogar sozusagen in den mittleren sozialen Stand zu kommen. Und da hat sich die Stanford University verdient gemacht und hat versucht herauszufinden, was das für Faktoren sind, dass diese Kinder, obwohl sie aus diesen ärmlichen Bedingungen kommen, es schaffen, trotzdem eine gute Persönlichkeits- und berufliche Entwicklung zu vollziehen. Diese Studie zeigte, dass diese Kinder, im Unterschied zu den Kindern, die im niedrigen sozialen Status verblieben, vier verschiedene Charakteristiken aufwiesen. Zum einen eine physische und zum anderen eine psychische Gesundheit, das waren zwei wichtige Charakteristiken, zum anderen aber auch die Überzeugung, dass sie etwas besonders gut können. Das war in dem Alter, wo sie befragt wurden, also zwischen fünf und acht, man hat dann die Studie so über 20 Jahre laufen lassen, war eine ganz beeindruckende Studie. Das waren dann solche Beispiele wie, mein Ball trifft immer das Tor. Oder ich habe die schönste Stimme der Welt. also das heißt die Überzeugung, ich kann etwas ganz Besonderes. Und der vierte Faktor, dass sie einen Menschen, das reichte schon aus, das ist wirklich beeindruckend, im Leben hatten, der an sie geglaubt hat. Und das waren nicht die Eltern. Das heißt, diese vier Faktoren haben dazu geführt, dass diese Kinder alle Kraft entwickeln konnten, um aus diesen schwierigen Bedingungen herauszukommen und sich sogar dann eine Position in der Gesellschaft erarbeiten konnten, wo sie dann eben mehr zu diesem mittleren sozialen Status gehörten. Wir nennen dieses Verhalten die Resilienz. Also diese Fähigkeit, sich gegen schwierige Bedingungen durchzusetzen, aufgrund der Überzeugung, dass man selber etwas kann, aufgrund der Fertigkeit sich Kontakte oder in Kontakt mit anderen zu treten, die einen unterstützen und nicht ausnutzen und zugleich die Selbstfürsorge für die körperliche und die psychische Gesundheit. Und diese Resilienz ist natürlich auch für uns anwendbar. Das ist nicht nur, wenn man jetzt diesen krassen Einschnitt hat, dass man also extrem ärmlichen Bedingungen kommt, sondern wenn man selber in herausfordernden Situationen ist. Deswegen meine Ermunterung an Sie, wenn es schwer wird, erschweren Sie sich nicht noch das Leben, indem Sie sich noch verurteilen, sondern gucken Sie, was Sie schon alles geschafft haben und was Sie jetzt tun können, dass es noch besser wird. Also viel auch mit Lob arbeiten, das ist etwas, was Sie Persönlichkeitsentwicklung sind die Effekte der Persönlichkeit auf die Umwelt an sich, das heißt also, welchen Einfluss der Mensch auf die Umwelt ausübt. Und von Zeit zu Zeit muss man dann noch mal gucken, ob man sich sozusagen in der richtigen Umwelt oder unter den richtigen Bedingungen befindet, um gegebenenfalls auch eine Entscheidung zu treffen. Und es spielt auch noch ein dritter Einfluss eine Rolle, das ist der Einfluss der Gene auf das Verhalten. Hier stellen wir aber fest, wenn wir uns Krankheiten angucken, insbesondere im psychiatrischen Bereich, wie zum Beispiel die Suchterkrankung oder die Depressionserkrankung oder selbst auch so eine Schwerenerkrankung wie die Schizophrenie, dass Gene immer nur einen Prozentanteil vom gesamten Kompendium für das Verhalten ausmachen. Also das heißt, es kann zum Beispiel jemand eine bestimmte genetische Disposition haben, dass er mehr verträgt zu trinken, also eine höhere Toleranz entwickeln kann, als andere. Aber dass daraus ein Alkoholismus wird, dazu sind dann noch bestimmte äußere Bedingungen notwendig und auch eine bestimmte Lerngeschichte, die eben sozusagen das Risiko beinhalten, dass daraus sich eine Sucht entwickelt. Und so muss man das auch sehen, also diese ursprüngliche Idee, naja, der ist eben so wie er ist, das ist eben veranlagt, das ist eine sehr, wie soll ich sagen, unwissenschaftliche Herangehensweise, sondern es sind eher immer drei verschiedene Aspekte, es ist die Lerngeschichte, es sind die äußeren Bedingungen und es sind genetische Einflüsse, die da eine Rolle spielen. So, nun kommen wir zu den Persönlichkeitsstörungen. Bei den Persönlichkeitsstörungen haben wir es mit Störungen zu tun, die im psychiatrischen Bereich als besonders schwere Störungen bezeichnet werden. Wir werden uns in der nächsten Vorlesung dann gleich noch mit den Klassifikationssystemen beschäftigen, aber ich will jetzt erst mal nur das so stehen lassen, es geht jetzt ausschließlich darum, dass das eben Störungen sind, die besonders schwer sind. Und sie sind das Ergebnis der kontinuierlichen Wechselwirkung von Genen, von Verhalten und von Umwelt. Im ICD-10, also dem International Classification of Diseases, diesem Inventar, das wir benutzen, das wir hier in Deutschland benutzen, wird Persönlichkeitsstörung definiert als tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Sie verkörpern gegenüber der Mehrheit der betreffenden Bevölkerung deutliche Abweichungen, sowohl im Wahrnehmen als auch im Denken, im Fühlen und in den Beziehungen zu anderen. Solche Verhaltensmuster sind meistens stabil und beziehen sich auf vielfältige Bereiche des Verhaltens und der psychologischen Funktionen. Häufig gehen sie mit einem gestörten Ausmaß persönlichen Leidens und gestörter sozialer Funktionsfähigkeit einher. Dieser Text, der sozusagen seine Berechtigung hat, ist aber wenn man Menschen, die Persönlichkeitsstörungen haben, nicht kennt, relativ schwer zu verstehen, was damit gemeint ist. Und deswegen lassen Sie mich Ihnen einfach mal die verschiedenen Typen vorstellen und dann auch einige Beispiele bringen, damit sie sich einen besseren Überblick verschaffen können. Wir unterscheiden die sogenannten sonderbar exzentrischen Störungen. Dazu gehören die paranoide Persönlichkeitsstörungen, dazu gehört die schizoide Persönlichkeitsstörungen und die schizotypische Persönlichkeitsstörungen. Das ist ein sogenanntes Cluster. Um das vielleicht mal zu untersetzen mit Beispielen. Die Psychologen haben als ein diagnostisches Inventar das sogenannte SCID. Das ist die Abkürzung für ein strukturiertes klinisches Interview, psychiatrisches Interview. Und das ist, wie der Name sagt, strukturiert. Also bestimmte Fragen sind vorgegeben, die Antwort, Alternativen sind offen. Und man kann damit die verschiedenen Erkrankungen erfassen. Wenn man jetzt mit einem Patienten, der eine Störung hat, wie eine Angst oder eine Depression oder vielleicht auch eine Phobie, dieses SCID durchführt, braucht man ungefähr zwei Stunden. Wir bekamen einen Patienten zu uns in der Ambulanz, der ursprünglich kommen sollte zur Schmerzbehandlung. Der litt an Morbus Bechdorf und dieser Patient zeigte ein sehr auffälliges Verhalten. Wir nehmen das Gespräch meistens per Video auf, damit wir uns das dann später nochmal angucken können. Und genauso wie unsere ärztlichen Kollegen unterliegen, auch wir der Schweigepflicht. Das heißt, der Patient wurde darüber informiert, dass das nur zu therapeutischen Zwecken und diagnostischen Zwecken sozusagen erhoben wird. Er fing dann an, mit unserer Doktorandin, die dieses Interview durchführte, zu diskutieren, ob man denn wenigstens das Bild wegmachen könnte. Das war das Erste. Dann haben wir uns darauf eingelassen und gesagt, okay, dann drehen wir die Kamera weg, dann nehmen wir eben nur den Ton auf. Die Anordnung war so, dass zwischen den Therapieräumen ein kleiner Raum war, wo die Monitore standen, einfach weil ja eine Universität auch, wie Sie ja wissen, Lehrzwecke erfüllen muss und das bedeutet also, dass gegebenenfalls sozusagen das Gespräch durch Studierende mitverfolgt werden kann. Er ging ungefähr aller fünf Minuten, das verkürzte sich dann auf zwei Minuten raus, um zu gucken, ob er auch wirklich nicht aufgezeichnet wird. Das war das zweite Kennzeichen und das dritte Kennzeichen war, dass er alles, was die Doktorandin aufschrieb, kontrollierte, ob das auch richtig ist. Also das waren ja nun ihre eigenen persönlichen Notizen und so weiter und so fort. Dieses Gespräch, was sonst zwei Stunden dauert, dauern konnte, dauern sollte, fand dreimal statt, zu jeweils vier Stunden. Sie können sich also vorstellen, nach alleine schon von dem Zeitaufwand und dem Vorgehen war das klar, dass es sich hier nicht mehr um eine Störung wie eine Angst, Depression oder eine Phobie handelt, sondern dass es wirklich, wie in der Definition gesagt, eine tiefergreifende Persönlichkeitsstörung war. Und das Ergebnis war, dass man hier von einer paranoiden Persönlichkeitsstörung sprach, wo also der Patient auch deutlich machte, dass es eigentlich kein Mensch gibt, den er kennt, dem er vertrauen kann, dass er jedem Menschen mit Misstrauen gegenübertreten muss, weil er ansonsten in Gefahr sich befinden würde. Und das, können Sie sich vorstellen, beeinflusst natürlich seine persönlichen Beziehungen. Er hatte keine Freunde, er hatte kaum Bekannte. So es beeinflusste seinen Beruf, er hat aufgrund dieses Verhaltens, dieses paranoiden Verhaltens auch seinen Beruf verloren. Also das beeinflusst sozusagen jeden Lebensaspekt und das ist so ein Ausdruck von paranoider Persönlichkeitsstörung. Schizoide oder auch schizotypische Persönlichkeitsstörungen sind auch wie Blickdiagnosen einfach zu erkennen. Das sind Menschen, die eigentlich keinen Blickkontakt halten können, die jegliche Emotionalität versuchen zu unterbinden oder denen Emotionalität oder Nähe auch Angst macht und die zum Beispiel wenn sie wir hatten einen Kollegen der arbeitete im IT-Bereich sich mit dem Computer sozusagen beschäftigen konnte, sehr zufrieden mit sich war. Aber sobald irgendeiner der Kollegen kam und eine Hilfe brauchte für den Computer hat er ihnen eben dann gebeten aus dem Zimmer zu gehen damit er eben mit dem Computer allein ist. Wir haben das dann irgendwann toleriert und gesagt okay das ist eben so wir sind ja nicht seine Behandler aber das wäre so ein Ausdruck von schizoider oder schizotypischer Persönlichkeitsstörung. Und diese Menschen die so sonderbar und exzentrisch wirken die leiden natürlich auch wirklich darunter also es ist nicht so dass sie das nicht selber spüren sondern die bemerken schon ihre Andersartigkeit aber sind nicht in der Lage von sich aus das zu beeinflussen. Dann das zweite Cluster umfasst die Erkrankungen der dissozialen Persönlichkeitsstörung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung und der histrionischen Persönlichkeitsstörung die dissoziale Persönlichkeitsstörung hat die synonyme Soziopathie und Psychopathie und das sind Menschen die nicht in der Lage sind Scham und Schuld zu empfinden beziehungsweise aus Erfahrungen zu lernen. Diese Störung ist nicht unbedingt für den Menschen selber belastend sondern das ist eine Störung die vor allen Dingen für die Umwelt belastend ist. Wir erleben das zum Beispiel wenn Patienten zu uns kommen die uns große Schwierigkeiten mit dem Kind berichten was sich noch im Kindergartenalter befindet also so zwischen drei und sechs und eben berichten dass das Kind andere Kinder versucht zu quälen oder versucht andere Kinder zu schlagen oder zu beißen so lange bis das Blut kommt und absolut kein korrigierbares Verhalten zeigt es gibt da hoch interessante Untersuchungen zu man hat dann Menschen im Erwachsenenalter die diese Störung kam mit EEG Untersuchungen konfrontiert und hat ihnen innerhalb der EEG Untersuchung Filme gezeigt drei verschiedene Arten wie zum Beispiel Tierfilm ausgesprochen emotionalen Filmen wie ein Liebesfilm und dann eine sehr sachliche Reportage über Erdbeben und das Interessante war dass also hinsichtlich der Hörnantwort überhaupt keine Unterschiede zu finden waren also ob die nun einen Liebesfilm oder was über Erdbeben gehört haben das war sozusagen hinsichtlich der emotionalen Reaktivität dasselbe das heißt sie konnten das was sie als Empathie bezeichnen oder als Mitschwing bezeichnen konnten sie nicht vollführen aus diesem Grunde konnten sie auch keine Schuld und keinen Scham empfinden und wenn sie also irgendjemanden verletzt haben dann war das nicht sozusagen korrigierbar weil sie eben selber sich dafür geschämt haben oder sich schuldig gefühlt haben sondern sie haben das dann eben wiederholt zumindest in dem Kindesalter dann mit der Zeit sind diese Menschen die oftmals über eine sehr hohe Intelligenz verfügen aber auch so haben sich so entwickelt dass sie gelernt haben was sie dürfen und was sie nicht dürfen wir sprechen dabei unterscheiden dabei zwischen kognitiver und emotionaler Intelligenz und das heißt sie haben gelernt was sozusagen erwünschtes Verhalten ist und das was sozusagen anderen Menschen aus der eigenen Empfindung herauskommt und wenn man sagt das ist aber schön dich zu sehen und ich freue mich wird dann eben gesagt weil man weiß das wird jetzt erwartet so das schwierige bei diesem Verhaltensmuster ist dass es durch einerseits hohem charmanten auftreten begründet ist und auf der anderen seite aber durch starke manipulative Strategien bevorzugt finden sich diese Störungen in der Chefetage und im Gefängnis also das sind so diese wenn einer sozial adaptiert ist dann kann er aufgrund der hohen Intelligenz und auch dieses über Leichen gehenden Strategien sehr weit bringen und dann eben halt in verschiedenen Systemen gut bestehen aber eben sicherlich auch sehr viel Unheil anrichten für die Mitarbeiter Auf der anderen Seite wenn er nicht sozial adaptiert ist die Gefährdung ins kriminelle Milieu abzurutschen auch sehr hoch Das Interessante ist nach Untersuchung von Marcia Stout aus Harvard dass die Verteilung die prozentuale Verteilung zwischen Psychopathen im Gefängnis und Psychopathen außerhalb des Gefängnis sich nicht unterscheidet Also es ist ziemlich hoch So Nun gibt es aber natürlich auch so was wie immer dass es nicht das klare Störungsbild gibt sondern dass es auch bestimmte Auffälligkeiten gibt Also dass Menschen zum Beispiel das hat der Thomas Elbert aus Konstanz erforscht nach bestimmten traumatischen Erlebnissen wie zum Beispiel die Kindersoldaten in Ghana diese Psychopathie like Störung entwickelt haben und hat berichtet dass wenn die also sich für zwei drei Monate im Krieg aufhielten dass die danach vier bis fünf Jahre in Reha Einrichtung zubrachten um dieses Verhaltensmuster wieder zu verlernen Also das heißt eine Traumatisierung kann tatsächlich diese schweren Veränderungen hervorrufen dass es dann zu diesen doch sehr starken Störungen der Persönlichkeit kommt Das andere die Hystrionische Persönlichkeitsstörung ist eine Störung wo also bestimmte körperliche Empfindungen sehr stark aufgenommen werden und sehr stark empfunden werden und also eine große Angst entsteht dass eben bestimmte Krankheiten eine Rolle spielen das hat aber bitteschön nichts damit zu tun wenn Sie dann im klinischen Studiengang sind dass Sie dann da vielleicht Suggestibilität erleben das ist nicht dasselbe sondern hier handelt es sich wirklich um Auffälligkeiten die schon im Kindesalter beginnen das ist auch der große Unterschied zu den sogenannten Achseins Störungen wie Angst Depression Phobie dass das eben irgendwann mal im Erwachsenenalter auftreten kann während die Persönlichkeitsstörung schon sehr sehr früh beginnen die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist auch eine sehr interessante Störung das betrifft Menschen die vor allen Dingen den Wert oder ihren eigenen Selbstwert infrage stellen also und zwar über zwei Verläufe entweder ist es so dass schon in ihrer Lerngeschichte also durch die Erziehung bedingt sie nur dafür belobt worden sind wenn sie irgendwie sehr sehr gute Leistungen hervorgebracht haben und deswegen denken sie sind etwas sehr besonderes und auch von der elterlichen Seite so behandelt worden dass sie also was ganz besonderes darstellen oder es ist so dass sie eigentlich in ihrer kindlichen Persönlichkeit überhaupt nicht respektiert worden sind und dann irgendwann den Ausweg suchen zu sagen ja vielleicht bin ich einfach nicht verständlich vielleicht ist es so wie bei den ganz bedeutsamen Menschen der Geschichte ob irgendwelche Musiker oder Wissenschaftler die lange Zeit nicht akzeptiert und verleugnet worden sind und dann erst später deren Wert erkannt wurde also praktisch wie so eine Überkompensation für fehlende Akzeptanz und diese narzisstische Störung kann sehr dramatisch sein und kann damit einhergehen dass sozusagen der Umwelt unterstellt wird dass jede Art von auch wenn produktive Kritik geübt wird dazu da ist denjenigen zu verletzen und da können sich natürlich vorstellen wenn jemand mit dieser Störung dann in die Chefetage kommt dass es dann relativ schwer ist ein gesundes Miteinander zu leben weil einfach derjenige sofort destabilisiert wird sobald auch nur irgendeiner der Mitarbeiter eine kritische Bemerkung macht und wenn wir davon ausgehen dass ja eigentlich Kritik auch Entwicklung ermöglicht ist das dann natürlich sehr behindernd für ein Team über diese Themen werden wir unter anderem auch so in den letzten zwei bis drei Sitzungen vom Selbstsicherheitstraining reden weil das notwendig ist damit sie wenn sie später als Stationsärztin oder Stationsarzt arbeiten und in das Gefüge sozusagen der Medizin eintauchen als Kollegen sich bei bestimmten Einflüssen ganz gezielt zu verhalten wissen es gibt Möglichkeiten auch hier mit einer gewissen sogenannten counterintuitiven Empathie ein Commitment herzustellen mit diesen Menschen das ist durchaus möglich und dann auch als vierte Störung die Borderline Persönlichkeitsstörung vielleicht hat der eine oder andere schon mal was davon gehört das ist eine Störung die vor allen Dingen die jungen Mädchen betrifft seltener die Jungs wo die Kinder oder Jugendlichen so unter einen massiven Stress geraten aufgrund von fehlender Verarbeitungsmöglichkeiten bestimmter Konfliktsituation dass sie anfangen sich zu ritzen und zu schneiden und erst in dem Moment wo sie sehen wie das Blut fließt sie eine Entspannung erleben das ist eine Störung die damit einher geht dass es eigentlich im Kontakt mit den anderen immer nur ein Schwarz und Weiß gibt es gibt keine Farbtöne keine Grautöne jetzt bildlich gesprochen sondern es wird einfach sozusagen der Mensch entweder als sehr gut oder sehr schlecht bewertet und diese Bewertung erzeugt natürlich innerhalb in diesen Menschen massiven Stress und das führt dann zu diesem selbst verletzenden Verhalten und dieses Hoch und Runter betrifft aber nicht nur einzelne Gruppen von Menschen sondern es kann durchaus möglich sein dass eben wenn man jetzt zum Beispiel einen Chef hat der unter einer Borderline Störung leidet man am Morgen noch irgendwie ein Lob erhält über diese hervorragenden Aktivitäten die man im Nachtdienst geleistet hat um dann zwei Stunden später verteufelt zu werden also das heißt da ist eine ungeheure Herausforderung an die Umwelt mit dieser ständigen Instabilität zurecht zu kommen so für diese Erkrankung gibt es mittlerweile hochstandardisierte Programme das hat die Marsha Linehan aus Seattle entwickelt und das wird in den verschiedensten Ländern durchgeführt wir haben in Deutschland haben wir zwei Zentren eins ist in in der Nähe von München und da beschäftigen wir uns direkt mit dieser Störung das hat auch Effekte aber es ist eine chronische Erkrankung wie alle anderen Persönlichkeitsstörungen auch das heißt also wenn wir im Kollegenkreis mit Menschen dieser Störung konfrontiert sind heißt es darum Strategien zu finden wie man damit lebt oder wenn man mit Patienten konfrontiert ist die neben der Erkrankung weshalb sie zu uns kommen noch eine Persönlichkeitsstörung zeigen es ist auch eher die Kunst wie gehe ich jetzt damit um wie gehe ich an den Menschen ran so und all diese Fragen werden uns dann auch im Selbstsicherheitstraining noch beschäftigen so und dann gibt es die ängstlich vermeidenden das ängstlich vermeidende Cluster mit der anderenkastischen Persönlichkeitsstörung ich habe hier diesen Waschzwang abgebildet das heißt also wo anderenkastisch bedeutet Zwang wo also der Patient alle Dinge mit einer hohen Zwanghaftigkeit ausführt und nicht selten sehr hohe Leistungen vollbringt aber natürlich furchtbar leidet unter der Zwanghaftigkeit einer der prominentesten Vertreter war Tucholsky der sich immer die Hände waschen musste wenn er sich mit irgendjemandem unterhalten hat der ihm zuwider war oder die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung das ist eine sehr beeindruckende und auch wirklich traurige Geschichte wenn das insbesondere junge Leute anbetrifft Entschuldigung wir hatten kürzlich auch die Bekanntschaft im Kollegenkreis mit einem jungen Mann der eben diese Störung entwickelte und der eine hohe Intelligenz aufzuweisen hatte aber nicht in der Lage war sein Studium zu vollführen weil er die Grundeinstellung besaß er muss entweder der Beste sein oder er taugt nichts und sobald irgendwelche Schwierigkeiten auftraten im Studium das war nicht in der Medizin sondern im anderen Bereich war er so voller Panik und so voller Angst dass er also sozusagen nicht mehr das Haus verließ sogar im Bett blieb und dann auch telefonisch nicht mehr erreichbar war der junge Mann hat jetzt eine Therapie über mehrere Wochen absolviert und befindet sich gerade in der Resozialisierungsphase das heißt der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit obwohl er über eine sehr gute Intelligenz verfügt nie wieder zurückgehen und als Student leben können sondern ist jetzt gerade dabei sich ein eigenes Leben aufzubauen indem er zum Beispiel in kleineren Verkaufswagen irgendwas verkauft sowas wie eine Bockwurst oder eine Grilletta also verschiedene kleine Dinge die weit unter seinem Niveau sind aber wo er erst mal lernen muss stabil zu sein zuverlässig zu sein auch noch oder das das ein ... so extrem, dass man sozusagen fürchtete, dass sie also eine schwere Herzerkrankung entwickelt. Das hat dann etliche Jahre gedauert, also sie war dreimal in psychotherapeutischer stationärer Behandlung über einen Zeitraum von drei Monaten und ist jetzt in der Lage, ohne diese Beziehung zu leben und steht auch im Beruf. Ihren Mann ist also im Forschungsbereich tätig und macht da auch eine sehr gute Arbeit, aber brauchte eine große Zeit und ist jetzt gerade wieder dabei, den Kontakt zu ihren Kindern wieder herzustellen. Das sind so Auswirkungen, wie Persönlichkeit, wenn sie gestört ist, so gute kognitive Fähigkeiten eigentlich unterlaufen kann. So als Beispiel. Können Sie sich so ein bisschen ein Bild machen über diese Störung? Ist das für Sie möglich? Weil das ist wirklich sehr schwer, wenn man die Klassifikationskriterien liest, denkt man, naja, das habe ich auch manchmal. Also die sagen nicht so viel wirklich aus, weil man im Text kann schwer über die Graduierung sprechen und erst wenn man dann die wirklichen Konsequenzen sieht, dann weiß man, was das bedeutet. So, Zusammenfassung. Verschiedene Verhaltensstile können den Krankheitsverlauf beeinflussen. Persönlichkeitsentwicklung und Störung beeinflusst auch unsere Beziehung, also Arzt-Patient-Beziehung. Und die Kenntnis um Verhaltensstile und Persönlichkeit des Patienten, deren Entwicklung und Störung, ist eine wichtige Voraussetzung für die Diagnostik, für den Behandlungsplan und den Behandlungserfolg. Jetzt unsere Fragen. Welche Aussage zum Selbstkonzept trifft am ehesten zu? Das Fremdbild ist meist positiver als das Selbstbild. Das Selbstwertgefühl ist zeitlich wenig stabil, ist also sozusagen ein State-Merkmal. Eine Tendenz zur Selbstüberschätzung ist typisch für narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Introspektion ermöglicht den Zugang zum Unbewussten. Selbst und Fremdwahrnehmung stimmen meist gut überein. Wer ist für A? Keiner. Wer ist für B? Keiner. Wer ist für C? Sehr gut. Für D? Mhm. Auch sehr gut, dass da keiner für ist. Und für E? Auch nicht. Ja genau, also es ist vollkommen richtig. Die, die jetzt für C das sich entschieden haben, hätten die Frage dann richtig beantwortet. Dann die nächste Frage. Das Konzept Repression und Sensitivierung differenziert zwischen zwei unterschiedlichen Verhaltensweisen von Personen in angstauslösenden Situationen. Für Repressoren ist charakteristisch, dass sie ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf negative, bedrohliche Aspekte richten. B. In der Lage sind, eigenes Verhalten besser kontrollieren zu können als Sensitivierer. C. Insbesondere in Entscheidungssituationen unsicherer sind als Sensitivierer. D. In mehrdeutigen Beziehungen insbesondere auf beziehungsrelevante Hinweise achten. E. Vor allem positive Reize wahrnehmen, angsterzeugende Reize übersehen sie. Wer ist für A? Für B? Für C? Für D? Okay, für E. Ja, sehr gut. Genau, also E ist richtig. Das haben sie sehr gut beantwortet. Und jetzt noch die letzte Frage. Da fehlen uns jetzt zwar die Alternativen, aber da kommen wir auch noch hin. Ein 50-jähriger Mann hat einen akuten Infarkt erlitten. Während der ersten Krankenhaustage treten immer wieder bedrohliche Herzrhythmusstörungen auf. Dem behandelnden Intensivmediziner fällt auf, dass der Patient dazu neigt seine Situation zu bagatellisieren. Wie wird der Arzt in seinem Handeln, dem Bewältigungsstil des Patienten am ehesten gerecht? Also die Frage, was ist das für ein Verhaltensstil, was würden Sie sagen? Bagatellisieren? Wir hatten die Feldabhängigkeit, wir hatten die Interferenzneigung, wir hatten Repressor, Sensitizer, wir hatten Novelty Seeking, Sensation Seeking und aktive Bewältigung. Ist Bagatellisierung eine aktive Bewältigung? Wunderbar, sehr gut, sehr schön. Wunderbar, damit sind wir am Ende. Hier sind nochmal für das Selbststudium einige Aspekte und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus